Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Zoo 2 Animal Park. So, machen wir schnell wieder fix sauber, paar Sternchen einsammeln und so weiter. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Geld, das ist immer gut. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Geld. So, fast geschafft. Ah, das ist schon jede Menge. Die Blümchen habe ich vorher schon mal gegossen, weil das dauert sonst einfach zu lange. Ohne Gießbärts Hilfe ist das extrem. Oh, hier ist was fertig. Puh, haben wir sogar Glück. Perfekt. Ein Lippenbär Level 2. Supi, da fehlt uns noch einer. Können wir den Stall da auch erstmal rausnehmen und die erwachsen werden lassen. Ah, hier gibt es auch noch ein Upgrade. Ah, okay. So, da haben wir es geschafft. Supi. So, ihr habt bestimmt schon gesehen, das Sommer Event läuft momentan. Habe ich schon alles aufgestellt hier. Bin ich fleißig am Sammeln. Guck mal hier, 3000 Sonnen haben wir schon. Ah, Ziel ist wie immer, zweimal das Tierchen. In diesem Fall die Mähnenrobbe. Ja, bräuchten wir 12.000 Sonnen. Ah, so viele haben wir noch nicht, aber das schaffen wir schon. Ein bisschen Geld haben wir ja zur Not auch noch. Ja, und den restlichen Ding, wie immer, muss man mal schauen. Je nachdem, was überbleibt am Ende. Okay. So, dann schauen wir mal schnell bei den Zuchten vorbei, wie immer. Diesmal macht den Anfang das Gürteltier. Genau, Level 5 ist unser neuestes. Eins können wir noch gebrauchen. Dann geht's weiter mit der Riesenschildkröte. Level 4. Brauchen wir auch noch eine. Dann als nächstes kommt, dann sind wir schon vorbei. Level 3. Ist ja schon ziemlich weit hinten. Dann machen wir mal anders. Machen wir so. Da ist er, habe ich übersehen. Der Luchs. Genau. Level 3 und 4 sind die neuesten. Lassen wir jetzt auch noch ein bisschen ausruhen. So, weiter geht's. Genau, den Elch hatten wir auch noch. Ah, sind wir auch schon bei Level 5. Können wir ebenfalls noch eingebrauchen. So, dann geht's weiter mit dem Pavian. Ah, das Gehege ist voll, sehr schön. Zwei Dreier haben wir da bekommen. Ah, perfekt. Das sieht gut aus. Das Gehege ist voll. So, weiter geht's mit dem Panther. Der ist neu. Level 3. Ja, das dauert auch ein bisschen hier. Können wir auch noch eingebrauchen. So, dann kommt schon der Polarfuchs. Passend 5 ins Gehege habe ich gesehen. Da ist der der neueste. Ah, dann machen wir gleich noch zwei Tierchen, damit das Gehege auch wieder voll ist. So, was haben wir noch? Den Alpensteinbock. Ah, Level 3. Hier passen auch, glaube ich, 5 rein. Also machen wir auch noch zwei. Gut, so, okay. Das war's mit den Zuchten. Dann machen wir mal ein paar Drohnen auf. Habe ich mir heute überlegt, da das Tier ja gewechselt hat, machen wir mal ein paar Ewige auf. Im Idealfall wollen wir mindestens sieben Teile haben, dass wir eins vervollständigen können und noch ein zweites in Reserve haben. Na, versuchen wir mal. Da haben wir auch eine Weile nicht mehr aufgemacht, die Ewigen. Haben sich ein paar angesammelt. Oh, da haben wir auch schon interessante Sachen drin. So, gar nicht lang zögern. Ein Teilchen haben wir schon. Na, Schlüssel nehmen wir erstmal noch keine, solange wir noch genug Truhen haben. Aber mit den Schlüsseln bin ich extrem sparsam. Da schon ein paar verplempert in der Vergangenheit. Na, jetzt haben wir aber nicht so viel Glück. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was rum. Aber zur Not, die bleiben ja auch eine Weile drin, die Tierchen bevor die wechseln. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, was zu sammeln. Da haben wir unser zweites Teil. Aber da sind ja auch so immer jede Menge interessante Sachen drin. Na gut, hier jetzt dreimal Steppe. Oh, da gibt es noch Erfolg nebenbei. Perfekt. Na, Erdferkel ist auch gut. Noch wieder ein Teil. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, drei haben wir jetzt. Genau. Ein bunter Ballon. Oh, hm, 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 hm. Oh, da haben wir das vierte Teil. Oh, was ist das denn? Eine Hainbuche. Aha. Oh, was ist das denn? Hm, kein Glück gehabt. Ah, ein paar haben wir noch. Aber das dauert auch schon wieder ziemlich lange hier. Hibiskus Rosa. Perfekt. Den tun wir gleich mal vervollständigen hier. Da haben wir ja noch eine Aufgabe. Also noch einen bekommen. Uh, 500 Tickets. Macht aber nichts. So. Aber ich würde sagen, das reicht auch mit Truhen. Wie gesagt, die Tiere wechseln ja nicht so schnell. Können wir auch im nächsten Video weiter versuchen. Wo haben wir sie denn jetzt? Da, vier von sechs. Das ist sogar nur ewig, würde gar nicht so viel kosten. Aber umso besser gut zu wissen. Okay, so, dann konnte ich für Puzzleteilchen auch ein bisschen was vervollständigen. Und zwar, da haben wir noch eine Aufgabe. Aber erst mal stellen wir schnell unseren Hibiskus auf hier. Na, wo waren unsere Ecken? Hier. Zack. Fünf von zehn. Oh, das dauert noch ein bisschen. Okay. Den Grillplatz konnte ich vervollständigen. Den platzieren wir mal schnell. Da haben wir noch eine Aufgabe. Ah, der ist wieder so groß. Habe ich wieder vorher nicht geguckt. Gucken hoffentlich haben wir noch irgendwo kurzen Plätzchen. Hier kommt er erst mal hin. Oh, da haben wir denn ja Muffelmann in Verlegenheit gebracht. Gibt's denn sowas? Manfred. Oh, da gibt's noch ein bisschen Belohnung. Die nehmen wir gerne mit. Oh, da gibt's auch gleich ein Level Up. Perfekt. Level 76. Was haben wir denn schönes bekommen? Hibiskusrot. Mülleimer. Ach, das ist nur freigeschaltet. Okay. Eine Packer bekommen wir. Ein Diamant. Und ein bisschen Geld. Also da wählen wir noch schnell was für die Freunde. Das ist alles ziemlich häufig. Äh. Eine Spielgrube. Ja, ich glaube die ist sogar ein bisschen seltener. Bei mir zumindest als die Wasserstelle. Oh, da bekommen wir gleich eine neue Aufgabe. Okay, ein Ocelot züchten. Da muss man erst mal gucken ob wir da einen zweiten irgendwo herbekommen. Gut, so, dann konnte ich noch was für Puzzleteilchen machen. Und zwar, da ja unser Wassergehege noch ein bisschen leer ist. Genau. Habe ich da noch Deko besucht. Und zwar ein Schiffswrack. Genau, das machen wir mal hier mit rein. Na. Machen wir mal den Ring erstmal woanders hin hier. So. Machen wir mal hier so hin. Mit dem Druck verschieben wir mal ein bisschen. Oh, das war eine Ente. Ah. Noch ein bisschen runter. Ah ne, das geht schon so denke ich. Den noch woanders hin so. Den Ring. So. Ach, das geht so. Äh, das sieht so parallel. Ups. So. Genau so lassen wir das erstmal. So. Dann, was konnte ich? Da konnte ich noch was besuchen. Äh, das ist drüben im anderen Zoo. Genau. Dann machen wir hier erstmal schnell fix sauber. Ah genau, wenn wir gerade hier sind. den Königstiger. Könnte ich mir endlich den Trog besorgen. So Puzzleteilchen. Hat noch eins gefehlt. Uh, das ist ja knapper Platz. Äh. So geht das noch für ein Tierchen. Genau. So, die Truhen haben wir nur ganz schön lange gedauert. Ein paar neue Sachen haben wir ja trotzdem. Dann sammeln wir mal fleißig weiter Sonnen. In der Hoffnung, dass unsere Pläne da aufgehen. Okay, dann schönen Dank fürs Zusehen und bis denne.